Ich habe mich mit dem Ohr entschieden und wir haben mich niedergeschlagen mit dem Bettler. Aufheben. Und was mache ich jetzt mit den Typen? Ich sollte den umbringen eigentlich, ne? Das ist gar nichts. So. Kollege. Ich glaube, der muss sterben, ne? Leider habe ich die Quest schon angenommen. Nur noch das Geld einstreichen. Ja. Leider. Sorry. Tut mir leid, Meister. Bei der Quest blieb kackt, ne? Und da sind wir wieder, ne? Schöne Schwing-Party. Schön waschi-wischi machen. Wischi-waschi. So. Hau ruck. Hau ruck. Über Stock und Stein. Komm mit. Ii. Uuu. Hoppala. Aufheben. So. Ii. Hu. So. Ab. Ab. Was dauert das Mädel, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Was mein ist, ist dein. Bitte. Ich helfe doch gern. Wir tun jetzt nicht so, ne? So, wir gehen zum Schiff und machen jetzt die Hauptstory weiter, ne? So, sonst kommen wir nie zu Potten, ne? Was ist da jetzt noch nochmal? Hast du wieder einer in der Nähe? Kopfhild, du, ich nicht bezahlen. So. So, Jungs, wir brechen auf. Verrückter. So. Muss ich mal zum Lager. Mal Sachen einlagern. Lagern. So. Können wir nicht lagern. Hoppala. Jetzt können wir lagern. Schuhe könnten wir einlagern eigentlich. Können wir auch einlagern. Noch. Stufe dazu. Ui, buh, Stufe dazu. Zerlegen. So. Ach, dein Dreck. So, Marek. So. Bogen. Ne, den haben wir ausgerüstet. Das lagern wir. So. So, Jungs. Feuerschaden. Mit den Feuerangriffe für das Schiff freigeschalten. Verwende normale Angriffe, um Feuerkraft aufzubauen. Und, äh, entfessle spezielle Feuerangriffe, zum Beispiel mit, äh, Brandpfeilen. LT halten und RP und, äh, eine Sperre, wartet mal. Willkommen zurück. Wohin segeln wir? Ja, pfff. Wohin segeln wir? Wir können etwas bergen. Dann, oh, dann bergen wir. Und wer? Bogen schützen! Haltet euch bereit! Versucht's nochmal! Warte, dass wir bereit sind! Na, wie geht das jetzt so? Mist! Kein Treffer! Bogen! Nee. Wir werden gleich gerammt! Ah, okay. Soben. Ja, planen wird es wieder, wie wir sind. Das ist der nächste. So wir fahren mal hier ein bisschen. Segel, ho ho ho. Die Talierungsfigur haben wir schon drauf. Sehr nice. So, schauen wir mal mal die Karte. Vielleicht gibt's da irgendwas. Au, ja. Das da will ich. Sag mal. Icarus. Level 11 Gegner sind das hier. Okay. Da ist unser Kollege. Da ist was in der Bucht. Haie. Okay. Da ist ein Lager. Oh, ja. Bam, bam, bam. Level 11. Boah. Ach du Scheiße. Wir müssen höllisch aufpassen jetzt. Da hinten gewesen. Okay. Das wird schon schief gehen. Hoppala. Da holen wir unser Pferd. Und dann laufen wir. Spreiten wir. Retten wir Richtung Asynchronousion. Asynchronousion. So. In der Fallen machst du das Kassam da. So, wir sind unser Pferd. Mal komm. Da geht noch baden. Hoppala. Dann wollen wir mal. Hm? So. Komm schon. Absteigen. Ja. So. Und synchronisieren. Und da kreist er. Unser Icarus. So. So. Dann haben wir das da. Okay. Da ist ein Schlösschen. Da ist was. Okay. Ich würde sagen, wir fahren hier hin. Piratenleben. Stufe 8. Okay. Das. Das machen wir. Der Stufe 11. Boah. Ne. Kein Bock jetzt auf den Typen. Pferdchen. Los. Los. Der Kopfgeldjäger. Da geht unser Marsch vorbei. Was ist das? Du Wildschwein. Oie. Du Wildschwein. Oie oie oie. Hoppala. Nein, 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 nein. Cassandra, du weißt, was zu tun ist. Flüchte. Ihr Arschgeigen. Nein, keine Zeit. Ich komme noch später aufmischen. Ich muss noch zur anderen Insel schwimmen. Da gibt es nämlich ein Quest für mich. Wo ich gehört. Und ihr. Ihr schaut einfach zu. Bitte auf mich schießen. Ist ja jetzt so gemein zu mir. So. Auf wieder. So. Geweckt da. Nochmal. Wie geht das jetzt mit dem Feuer? Wollen wir auf dich schießen? Ich weiß es. Schützen. Auf Position. Kein Treffer. Wie funktioniert das jetzt mit dem Feuer? Ich weiß es. Schützen. Auf Position. bei أولادوط. Nochmal. Na. Tontistle. Das ist sehr80 Pfeife. Es ist gar nicht froh. Kurde rüber. Spreite. Der Terrorfall. Naja, Ja! Da greifen wir jetzt! Klausch um hier! Erhöht das Tempo! Kapitel! Ja! Na langsam, das Schiff! Kapitän Abel! So! Wie geht das jetzt mit? Wir müssen noch schauen mit dem Schiff, wie die Fähigkeiten funktionieren. Ja, das habe ich auch. RB, ne? Alt, äh, LT und RB gedrückt, um Brandpfeile zu verschießen. Drücke, äh, RB, um zu werfen. Muss ich das jetzt da umschalten, oder wie? Warte mal. Naja, bin ich schon im Wasser. Da ist eine Höhle. Das schaut ja interessant aus. Ja, ich sag ja, bis ich mal überhaupt da rinne bin. Und da gehen noch einige Sachen pro Stunde. Ich bin nicht! Ich sehe euch an! Ja, ich komm schon. Was ist los, Dicker? Oh, die Götter schicken dich. Eh klar. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn's! Den müssen wir jetzt aufessen, den Bruder. Okay, ich brauche ihn. Ich würde dir bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann. Ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Sehr gute Wahl. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Bootsien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit, Saß. Das soll mir schon ausreichen. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. So ist es, ne, Kassandra? Das tapfere Schneiderlein. Das schaut schon sehr Piraten-mäßig aus, ne? Aber wir machen ja unseren Dunkelmodus. So. Der Regen ist super. Brauchst du Licht? Nein, 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 ich brauche kein Licht. So. Icarus. Mein Kollege. Okay. Warte mal. Da ist ein Schatz. Äh. Schatz. Schatz. Das war sein letztes Wort. Dann drogen wie die Englern fort. So. Icar. 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 So. Noch mal schauen. Lage checken. Mhm. Mhm. Da ist die Quest wahrscheinlich, ne? So. Vergessene Insel. So. Oder nein? Jetzt haben wir's. Oh, oh. Drei Schatzstücke. Okay. Oh, oh. Oh, Maria. Ah. 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 Sa. Saar. Jetzt kannst du nirgendwo hin. Krat. Nä. Du bist mir ein streziger Sandraner wirklich. Warte. So. Um eigentlich zu einem Fähigkeitspunkt. Weil Karte nicht verfügbar kann. Wahrscheinlich Icarus auch nicht verfügbar. Okay. Power-Rug. So. Kassar. Sandra, nein! Nein! Okay, das ist doch Wasser. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt ist alles vorbei. Da geht's runter und da ist auch eine Schatzkiste. Die blündern wir gleich jetzt, ne? Ja, cash in the dash. So. Auf, auf. Hm. So, der Lade. Ähm. Ja, wie finden wir jetzt seinen Bruder, ne? Das ist die Frage. Aber wie kommen wir generell hier raus jetzt, ne? So. Hoppala. Kassandra. Mach was. Tolles. Ai, ai, ai. Da haben wir uns so eingebrockt. So, da kommt sie nicht durch. Hm. Da liegt was. Da hab ich. Das ist aber auch noch ein Bild. Ah, weh. Na. Verdammt. Kommen wir hier hinten raus, oder so? Mal schauen. Ah, ja. Okay. Das ist nicht von dieser Welt. Oh, doch. Leck mich. Hallo? Was bei Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Äh. Vielleicht Fackel? Ne? Okay. So ein Riesenvieh, ne? Irgendwas. Altes, vergessenes, verschuldenes. Cooles. Monster. Irgendwie. Okay. Da komm ich wieder. Ne? Ich will da nicht runter springen. Ah, okay. Ich hab jetzt in den Kreis gelaufen, oder wie? Ja, wie komm ich da jetzt hin? Das, das, das wuchst mir jetzt. Warte mal. Da. Was los, was andere? Lass los. So. Wie komm ich hier raus? Verdammt. Noch mal schauen. Wo ist das Wasser, ne? Hm. So. Gibt's auch nix. Scheiße. Ja. Das ist der Eingang. Okay. Hier gibt's nichts. Dann schwimmen wir mal, ne? Da, was runter? Nein. Auch nichts. Verdammt. Gibt's hier lang? Da. Eieieiei. Okay. Nochmal schauen. Oh, die Piraten sind das. Müssen wir noch suchen. Das ist da hinten das Lager wahrscheinlich. Oder? Das ist ärgerlich jetzt da, ne? So. Ganz ruhig. Muss das Lager sein von den Typen. Äh, egal was. Flick mal da runter. Schau dich mal um. Ich weiß nicht. Huh. Was ist da reinfliegen? Ins Loch? Hm. 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 Aber wie komme ich jetzt zu den Shards? Ich will den Shards, warte mal. So, ich muss noch mal starten. So. Das ist ein Eingang, oder? War da ein Eingang? Eingang, 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 Eingang? Nein, war kein Eingang. Das ist auch kein Eingang, schade. Hm. Ja, super, ne? Die Quest haben wir auch da. Hm. Jetzt, ja. Das ist ein bisschen schwierig, gerade für mich, ne? Ach so, da drüben. Ja dann. So, wenn spät, siehst du es. Ja, und wie gesagt, durch die Tür kommen wir noch nicht. Leider. Und rein da, ins Wellenbad. Hey, Vicky, hey. Spannfester Segel. Na, 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 na. Cassandra. Hey. Hey, wir machen schon wieder fette Party, ne? Aufwachen. Wir kriegen einen Partner. Zimmermann, Zimmermann, ta-da-da. Und? Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten. Okay, okay. Jetzt geht's los. Ja, haben wir schon. Ja. Ja, langsamen. Das herzen ihrer. Hey, ihr Wichser. Ihr Arschgeig. Scheiß, die Wand an. Scheiß, die Wand an. Scheiß, die Wand an. Das funktioniert, denn die Feuerpfeile. Sie sind Feuer bereit. Feuer! Feuer! Was ist denn, Cassandra? Schnetzel, das gibt's jetzt auch. So, komm, 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 komm. Ich bin ein Piraten. So, komm, komm, komm. Was ist denn da? Wissen? Zack! Weiter, was wirst du? Mach die Meier! Sehr gut! Was haben wir da? Durchsuchen. Die Beutigkeit uns. So. Hoppala. Sodala. Was sind die Nächsten? Ich versuche uns zu rammen. Ah, ihr Wichser. So. Was ist da? Und kommt nicht drauf. ATK. Sie bringt euch um. So, es geht alles ums. Der Loot tut gut. So. Auf hin, ne? Wir sind Schrecken der Meere. Sie werden sicher hinter mir her sein. Sicher. Das ist ein bisschen. Sicher, sicher. Aber wir müssen... Aber wir müssen... Hmm. armger! Wieie! Wieie! Masgetz. Mannachaa! Was gäbe es denn da Schönes? Nichts Besonderes. So. Was ist denn unser Ziel eigentlich? Piraten leben, ne? Ist da? Da war was. So. Hoppala. Hoppala. Ja, scheiß die Wand dann. Scheiß die Wand dann. Wie geht das mit den Brandpfeilen? So. So. Ich brauche die Schütten. Vorwärts. Mensch, Mannschaft zu mir. Wir schicken sie zu Poseidon. So, jetzt geht's los, Alter. Geschnell zu Tests. Ich brauche das. Ei, 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 ei. Hoppala. Was ist denn mit der Eichweiler? So. Ei, 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 ei. Was ist denn mit ihm da? Kommt der Kopfkordjäger her. Das will man. Keine Chance. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Keine Chance. So. So. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. So. Vor allem noch ein Schatz. Ach. Okay. gute arbeit jungs schauen wir mal was wir schon gekriegt haben eben wenn da man viel sorgen kriegt und zerlegen zerlegen so damit so Brustpanzer weg weg das klingt ja gut einen halben Schaden zu ignorieren so okay, da haben wir gar nichts so selten aber mit der die 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 Oh mein Gott, jetzt haben wir schon zwei Sterne, ah, zwei in meinem Kopfgeld. Das wird nicht so leicht sein. Reden. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ja, wenn das so weitergeht, nicht? Wer nutzt eure Schwere! So, jetzt gehen wir da drüben aufmischen, endlich einmal, ne? Fule, Bule, warte mal. Äh, Wir hatten ein Leben, ja? Ja, ja, ja. Lass die Ruderer kurz ausruhen, Kapitel! Jo, mach mal. So, hol das Segel ein! So, hier ist der wer? Ja, ja, ein paar Gegner sind, ja. Hei, hei, hei. Schatz, zwei Schatzkisten. Na, das ist da. Da ist auch ein Schatz. Na, okay. Egerisch, du bist. Du bist so interessiert. So, wie gehen wir das an? Okay, jetzt gehen wir mal da her. So. So, ich glaube, gehen wir mal Schatz tauchen. Unsere Galleonsfugur, unsere neue schöne Fische. Okay, das ist ziemlich weit unten, irgendwo. Wir müssen ein Höheneingang sein. So. Wie machen wir das am besten? Warte mal. So. So. Wo können wir uns? Ja. Oh. Sehr gut. Wir müssen die Party. Sehr gut. Ich bin mir. Appel. verdammt verdammt scheiße das wollte ich nicht so gestalten das kann man wirklich mit bildchen vor fährst du bitte kassandra so danke ich sag euch burschen wir sind zu aggressiv die hund es ist mit ihr normalerweise sind die uns um nicht opa nacht scheiß steig auf es ist ja nicht so toll gelaufen ne das hat jetzt funktioniert wie ich gedacht habe na wir gehen ins wasser so der nächste kandidat so na klop stein klop stein so na so ich dachte hier jemand ein gub auf ok und los geht's ok 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 gibst du was zum looten für den guten jawohl so hallo und meditieren in der nacht ist es auch besser ne so da können sie mich schlafen so 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 Das ist dein Ende. Nein, nein, deins. Dann kriegst du mich eh nicht. Nö. Kein Interesse. Gibt es kein Gebüsch oder so, wo man mich reinsetzen kann? Das ist wieder so ein scheiß Ort. Ah, endlich. So, eine kleine Pause. Ich krieg's mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr kriegst mich nicht. Den Kollegen da drüben könnten wir ausschalten. Hoppala. Wo läuft denn der hin? Ich glaub, das ist sein Opfer, ne? Okay. Den dürfen wir nicht kennen. So. So. Sauron? Mann, ey, den wollte ich doch für mich gewinnen, du Arschgeige. Durchsuchen. Verdammt. Scheiße. Bist denn du? Servus. Mit das Bildchen wahrscheinlich, ne? Nein, lassen wir ihn mal liegen, da. Den Malakka. Gehen wir mal Schätze explinden. Roter Apfel. Okay. Versuchen. Nicht, klack. Was ist denn? Hoppala. So. Aber wer ist denn er, da der Verrückte da? Der ist was, nämlich fit, ne? Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist das? Du wirst es überstehen. Du bist eine schlechte Lügnerin. Aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Ich... Oh. Gehen wir jetzt kein Zimmer, Mann? Du hattest ja noch mal das Fussi gehoben, ne? So. Gehen wir Haie fütteln. Jui. Jui. Ab ins Meer mit dir. Nein, da auch nicht. Jetzt geht das Schwimmen. So. Pirateninsel. Da sind wir nicht mehr fertig, eigentlich, ne? Wenn man so schaut, ne? Guck mal. Schiffswrack. Jo. Dann gehen wir mal da runtertauchen. Heialarm. Ja, das bringt in sich nichts, natürlich. Zwei Schätze sind da. Zwei Schätze sind da. Da ist ein Dunkel, ne? So. Scheiße, ich brauche Luft. Ja, ich will doch auftauchen. Ja, ich will doch auftauchen. Auch auf, Mädel. Okay, wir will sterben. Okay, wir will sterben. Scheiße. Aber hier wäre der Schatz gewesen, ne? Oder? Gibt's das denn raus? Okay, wir sterben nicht gleich. Jetzt schnell raus. Scheiße. Hahaha. Wir sterben. Jetzt ist alle Welt hinter meinem Kopfgeld her. Schiffswrack ist hier gewesen, ne? Wie groß? Hier, ne? So. Dann müssen wir da unterhalb reinschwimmen und dann haben wir das. Okay. So. Ja, fängt das schon gut an, ne? Meine Fresse. Mädel, Mädel, Mädel. So. So. Und runter da. Ei, 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 ei. So. Sehen tut mir auch nichts, wirklich. Mann. Ah. So, ich will schnell. Scheiße, nein. Mädel. Mach keine Scheiße. Bitte, kein Hai jetzt auch noch. Scheiße. Ei, ei, ei. Das war knapp. Ei, 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 ei. Aber was durften wir da alles für Loot, ne? Haben die Gärchen tot? Schaut so aus, ne? Ei. Mecklen, kein Schiffsdinges. Ja, da. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Verfluchte Götter. Verfluchte Götter. Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Sehr gut. Tekton. So. Fähigkeiten. Ah, wir sind aufgestiegen auch. Sehr gut. Neu, neu. Ah. Löwen haben wir. Sehr gut. Tekton. Schiffspanzerung. Schaden. Fähigkeiten. Was nehmen wir da Schöner als so? Dann mal. Hm. Ich glaube, wir brauchen jetzt für den Kampf auch mal, ne? Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, ne? Schilde. Ja, Madrid. Schwierig. Warte mal. Scan-Mods ist auch nicht schlecht. Ich will den da nehmen und da. Fähigkeiten entfernen. Warum? Ich will nicht. Warte mal. Schilde, das ist nicht so. Heilung, das kommt gut. So. Inventar. Was haben wir da? Hammer da? Das kann man da vernichten. So. Das einzige Zeug braucht man nicht. So. So. Haben wir sonst noch was? Neu. Neu. Un, deux, drei. Scheiß entfesselt seinen Zahn. Gebt den Kurs vor, Kapitän. Hey, 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 2100. Mach euch, mach euch! Oh, nein! Und da haben wir uns in der Stufe aufstieg. Und den haben wir schon gemacht, oder? Ja. Haben wir schon. Schade. Ach du Scheiße, da kommt ihr wer. Das ist nicht so gut. Scheiße. Ja, daneben. Wir stehen gleich unter der Schuhe. Oh, da raus. Los. Ihr habt die Waffe entfügt. Nein, nein. Scheiße. Die Wandern. Ja, Feuer. Die kommen direkt auf den Zoo. Na los. Ja. 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 So, auf geht's. Busch. Das ist übel. Fuß weg, Evin. So. Okay, ihr macht das, ich gehe blindern. Durchsuchen. Okay. Einen Bogen haben wir bekommen. Da fahre ich noch ein Schiff. Na, Schatz. So. Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Ich bin stolz auf euch. Die kleinen Striche. Oh. Schon wieder warten. Weile bereit. Wir werden rennen. Kein Treffer. Abschauen. Nehmen die Plätze der Toren ein. Offen der Gewässer. Wir brauchen hier oben Verstärkung. Wir müssen erst den Reichweiter. Wir müssen erneut schießen. Das war sicher nicht der Letzte. So. Ente halt so. Er streit sich. Ente. Ente halt so. Er enteert das Schiff. No, weiter. Aus die Maus. Juhu. Die Kollegen. Warte noch was. Aufheben. Nee. So, dürfen wir jetzt weiterreißen. Ich sitze auf die heißen Kohlen, dann muss ich mal stehen. So. Cash the Dash. So. Wo sind wir jetzt? Da waren wir schon. Mega. Wo ist denn das überhaupt? Die Hauptquests. Da ist das Ding, ne? Reise Richtung Krieg. Okay. Was wir natürlich machen könnten, oder? Wir sind wieder abseits der Wege. Warte mal. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dahin. Nimm mal raus.